Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten spektakulären Reaktionsvideo von mir. Mein Name ist Smotchi und wir gucken uns heute wieder ein fantastisches Video an. Es ist mal wieder die Liebeszeit, Chat. Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Blind Dating Content. Neues Video von SoftDopf. Seven Girls Blind Daten mit Breitenberg. Nice, ich bin gespannt, was wir sehen werden. Leht euch zurück, genießt. Ich hoffe, es wird sehr, sehr unangenehm. Es geht los. Meine Damen und Herren, willkommen bei einer neuen Folge Blind Dating. Heute beehrt uns der hochwohlgeborene Breitenberg. Streamer, Moderator und seit fünf Jahren chronisch Single. Er ist auf der Suche nach einer Dame mit Style, obwohl er selbst gar kein altes Geld besitzt und ein Instrument solche. Sie spielen, obwohl er selbst gar keins spielt. Hinter diesem weißen Vorhang warten sieben wunderschöne Frauen. Würde ich sagen, Breitenberg ist ein Player, Chat. Eins, ja, zwei, nein. Ist schon hübscher, ist schon ein hübscher Mann, Chat, oder? Breitenberg, schöne Lippen auch. Eine Runde muss eine gehen, bis am Ende nur noch eine übrig ist. Wird der Lübecker-Wahl-Adel seine Prinzessin finden? Oder fährt Breitenberg weiterhin alleine im Porsche auf der linken Spur? Wir finden's raus. Bevor wir mit dem Video anfangen, liket und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert und... Blender, glaube ich. Jo, chill. Denkt ihr, Breitenberg ist Millionär? 5.000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir wie immer 100 Euro. Also viel Glück und es geht in die Folge. Okay, sehr interessant. Du stehst auf hohe Schuhe, ne? Ja, ich finde, das ist ästhetisch und... Okay, Schuhe. Was spricht euch als allererstes an? Der erste, wo gehen eure Augen straight hin? Direkt. Ganz klar die 4. Ja, ihr sagt's auch 4. Endlich sind wir uns mal eilig, Chat. Endlich sind wir uns mal eilig, Digga. Ganz klar 4. Vor allem auch, weil der Winkel von den Füßen ist nochmal so ein bisschen auf Schüchtern und so. Ganz klar die 4. Ja. Ja. Ich bin stolz auf euch, Chat. Weiblich zugleich, also das ist... Ja. Das Maß der Dinge, würde ich sagen, okay, man kann auch Sneaker haben. Ich hab meine Air Force 1 weggeschmissen, seid ihr ehrlich? Ich hab die in so'n grünen Container, wo man sie spendet, weil ich keine Sneaker mehr anziehen will. Das sind meine Winterschuhe. Einfach weh, weil du den... Digga, warte. Warte, Chat. Digga, sind das die Schuhe, für die mich ausgelacht habt, Chat? Eins, was ich da noch dran erinnern kann. Sind das nicht die Schuhe, die ich mir mal gekauft hab, wo ich auf International Businessman machen wollte und die hat mich alle ausgelacht dafür? Das sind die doch... Verdammt nochmal. Da hab ich auch immer noch seelische Schmerzen davon. Da hab ich einen Traum an, Chat. Ich wurde noch nie so ausgelacht für Sachen, die ich mir gekauft hab. Die stehen bis heute im Schrank. Ich hab die bis heute nicht einmal angezogen, Chat. Und die haben, glaub ich, 400 Euro gekostet. Da müsste ich überlegen, ich bin in die Stadt gelaufen, dachte mir so, Alter, jetzt kaufst du dir mal richtig erwachsene Schuhe. 400 Euro dagelassen, in den Stream direkt mitgenommen, war richtig stolz auf die Schuhe, euch gezeigt. Ich wurde von A bis Z beleidigt und ausgelacht, dann hab ich sie nie wieder, nie wieder berührt. Ich hab denen in den Schrank getan und seitdem liegen die da, weil ich einfach gekränkt war und gebrochen. Der Winterschuhe. Einfach, weil du den Lebensstil so verändern würdest? Ja, weil ich so... nennt man das Altherrenstil? Ja. Eins, wenn ich die verlosen soll, wer will die haben, Chat? Versteht ihr auch. Also nicht, dass ich was anderes verurteilen, sage, das sieht schlecht aus. Also die Damen, die sind alle schick angezogen, das sehe ich jetzt. Aber ihr dürft nicht dran riechen, okay? Ich verlost sie an euch, aber ihr dürft nicht dran riechen, Chat. Aber Nummer 4, darf ich raten, Nummer 4 findest du schon am besten, ne? Weil das wird mir komische Vibes geben. Ja, Nummer 4 ist schon auf jeden Fall super. Nummer 4, ja, safe. Und Doc Martens? Ja. Habe ich auch gerade an, sympathisch. Und Nummer 3? Ist die Skifahrerin nicht böse gemeint? Nein? Moonboots? Moonboots? Ja, die kenne ich schon. Ah, Moonboots, stimmt. Ich glaube, ich habe jetzt auch die Idee für die erste Frage. Okay, sag. Ich gehe sie sehr oberflächlich an. Worauf die Damen Wert legen, wenn der Mann sich anzieht, also was er so kleidungsstiltechnisch, was er anziehen soll. So, wenn ihr mich jetzt vorstellt, okay? Ich habe ein Date. Würde ich so gut ankommen bei Frauen? Theoretisch? Können wir uns auf ein Date? Ja, ne? Ja, doch. Date Nummer 1, wie würde sich dein Traummann anziehen? Auf jeden Fall würde ich auf die Schuhe achten, dass die nicht so schlabberige Sneaker sind. Ich finde es auch sehr wichtig, welche Jacken ein Mann trägt, weil da kann man auch, also so zum Beispiel Trainingsjacke finde ich auch nicht so schön. Ja, und generell finde ich eher Polohemden zum Beispiel. Polohemden, Digga, was? Ja, attraktiv. Polohemden? Pff, gekleidet. Ich glaube, ich habe zu viel gespoilert, oder? Mädels, ihr müsst schon ernst sein, ne? Schon ehrlich. Also, ob ihr jetzt alle auf Anzugsträger steht. Also, wenn ich raushöre, dass jemand lügt, dann würde ich das schon als Logo wählen, ne? Okay. Kandidatin Nummer 2. Also, dann bin ich ganz ehrlich. Das Einzige, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass er ein gepflegtes Erscheinungsbild hat. Und vom Kleidungsstil her bin ich schon eher so... Bin ich gepflegt? ...Fan von der Streetwear-Richtung, ehrlich gesagt. Aber ich finde, es muss auch zur Persönlichkeit passen. Das stimmt, finde ich auch. Es hat sich auch ein bisschen mit so Ausstrahlung, Vibes, wie man sich... Ich kann mir zum Beispiel Streetwear gar voll schlecht bei dir vorstellen. Ich glaube, das ist... Ja, der wird auch super scheiße aussehen. Also, Breitenberg in so einem Oversized-Hoodie und so schlappriger Jeans, das wird super kacke aussehen. Der Vibe, also wenn man von Charisma redet, ist das ja das Zusammenspiel von Stil, Erscheinung, Selbstbewusstsein, Charme und da spielt das eine Riesenrolle. Muss aber auch eins sagen, Chat. Ob man das jetzt mag oder nicht den Stil, ich finde, so wie sich Breitenberg anzieht, das steht ihm. Oder? Eins, wenn es ihm steht, steht ihm. Es passt zu ihm. Wäre nicht mein Ding so, aber es steht ihm auf jeden Fall. Safe. Wenn du dich so anziehst, wie du dich wirklich anziehen willst, wie du dich selber wirklich gut fühlst, dann lächelst, du bist fröhlich, hast eine andere Haltung, wirkst automatisch dir zehnmal besser. Ja, safe. Kandidatin Nummer drei. Also, bei mir kommt es halt sehr auf den Anlass an. Es ist halt, Chat, ich sage euch ehrlich, so würde ich mich niemals anziehen, nicht, weil ich broke bin, ich bin extremst reich. Haha. Solltet ihr auch wissen. Das gibt mir, also, ich will es nicht gemeint sein zu Breitenberg, aber, Chat, wisst ihr, was für Vibes man das immer gibt, wenn sich jemand so anzieht? Das gibt mir die Vibes, als wenn er sich privat so anzieht. Man will zeigen, dass man reich ist, obwohl man es nicht ist. Jetzt habe ich es gesagt. Ich hoffe, Breitenberg hat 30 Millionen auf dem Konto. Ehrlich. Ich mag den sehr gerne. Shoutout. Aber, also, wenn du das nicht für die Arbeit anziehst, Chat, wenn du jetzt so nichts, wenn du jetzt nicht in der Bank arbeitest oder als Immobilienmakler oder so und trotzdem privat so rumläufst, gibt mir das immer so ein bisschen die, ja, ich will jetzt zeigen, ich bin reich, Vibes, obwohl ich es nicht so bin vielleicht. Checkt ihr, was ich meine? Ja. Ich bin halt, was... Aber im Endeffekt ist es Geschmackssache, Chat. Und wenn er sich so nice findet und es sieht ja auch gut aus und das halt einfach sein Stil ist, dann ist ja auch geil. Äh, Kleidungsstil angeht auch sehr vielseitig. Da kann es mal Street-Size sein, aber da kann es auch mal ein bisschen schicker werden gegen Abend. Und, ja, das muss halt auch einfach zur Person passen. Ungefähr. Man kann auch sagen, dass man in allem gut aussehen kann. Also wirklich, ohne Spaß. Ich will das ja auch nicht so irgendwie abwerten. Alles ist gut. Man kann auch in der Skiunterwäsche gut aussehen, Chat. Ich finde nur, dass es klassisch überdauert hat, weil es am besten ist. Das ist das Ding. Alles ist gut. Wobei, Frage. Ist du mir leid, ich kriege gerade wieder viel zu viel. Aber Frage. Fände ich es cool, wenn wir alle so rumlaufen wie Breitenberg? Weil damals hat er schon recht. So in den 80ern, 90ern vielleicht noch, da sind die alle so rumgelaufen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit heute, ist es cooler. Ist es cooler. Aber es ist auch unbequemer. Und darum geht es mir nämlich, Chat. Wenn ich aus der Tür rausspaziere, dann ziehe ich eine Jogginghose an. Nicht, weil ich irgendwie ein asozialer Wichser bin, der sich keine Jeans kaufen kann. Weil es einfach bequem ist, Bruder. Bei mir ist sowieso das Thema gegessen, Chat. Bei mir ist das Thema gegessen. Ich muss auch gar nicht hübsch sein. Ich gehe raus wie ein Obdachloser. Wisst ihr warum? Weil ich es irgendwie geschafft habe in meinem Leben, eine Frau davon zu überzeugen, dass sie mit mir zusammen ist. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, Schatzi, ich liebe dich. Ich bin ehrlich. Wenn die weg ist, Chat, weiß nicht, ob ich jemals wieder eine Frau finden werde. Für mich ist das Wichtigste, dass man das mit Selbstbewusstsein trägt. Eben. Und dass man das selber ausgewählt hat und dass man da selber Bock drauf hat. Man kann in allem cool aussehen. Man muss sich selber fühlen. Außer ein Etadi. Kennst du die Etadi-Zeit noch? Ja. Die Zeit ist wieder da. Wie, dass es wieder da ist? Ja, natürlich. Nein. Ich gehe jetzt mit den 16-Jährigen an, die laufen jetzt mit Etadi am Arsch rum. Also damals war ich gefühlt auf der Schule Etadi-Händler. Ich habe auch alles von Etadi getragen. Schön aus der Türkei. Ja, aus der Türkei. Ich habe mit 3-Euro-T-Shirt einfach 1000 Stück gekauft. Ja. Habt ihr mal Etadi gerockt? Wer sich damals auch die originalen Etadis gekauft hat, war auch bekloppt. Kandidate Nummer 4. Wie sieht es bei dir aus? Also ich finde auch Streetwear sehr gut an... Uh, Kandidate Nummer 4. Achtet auf die Stimme. Männern. Allerdings sollte er sich darin wohlfühlen und wenn er sich jetzt zum Beispiel in Streetwear nicht wohlfühlt, dann würde das auch eine ganz komische Ausstrahlung geben. Irgendwie so... Rauchige Stimme. Eins, zwei Verliebtes. Miss Universe waren alle voll süß, lieblich. So politische Aussagen. Ja, echt süß. Korrekt, ne? Kandidate Nummer 5. Ich sehe es auch so, dass jede Person halt das anziehen sollte, wo sie sich wohl drin fühlt und das kommt halt auch auf die Person drauf an. Aber ich finde halt dieses Schickere ist auch ein bisschen verloren gegangen. Ja, ich check das voll. Die meisten laufen halt jetzt super gechillt rum, so Baggy alles. So wie ich. Es sieht ja gut aus, also... Kandidate Nummer 6. Also ich stehe auf jeden Fall auf Typen, die mehr so Baggy-Look anhaben. Äh, aber... Also was ich auf jeden Fall nicht so nice finden würde, sind Skinny-Jeans an Männern. Also... Mhm. So... Ja. Okay. Ja. Also Mark Eggers Skinny-Jeans? Ja, schon. So richtig Skinny-Skinny? Ja. Das ist schon bei Mark... Ja, Skinny... Gibt es jemanden, der von euch Brackers trägt, Chat? Eine normale Bracker? Eins, wer Brackers trägt? Wer von euch trägt Skinny-Jeans? Also... Es ist ja immer eine Geschmackssache, Chat. Eine geschmackliche Sache. Ich will euch aber eine kurze Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen und die ist mir auch nicht peinlich, Chat. Ich stehe dazu. Aber ich sage euch eins. Als ich damals noch ein junger Hüpfer war, okay? Als ich damals noch so um die 15, 16 war, da waren Skinny-Jeans der Shit. Und wisst ihr, was ich gemacht habe, Chat? Und das ist keine Lüge. Ich habe den Überwurf gemacht. Ich wollte die engste Jeans kaufen, die es nur gibt. Und ich bin dann zu Zara rein mit meinen Homies. Und wir haben Hosen gekauft. Jeans gekauft. Aber nicht in der Männerabteilung. Wir sind in die Frauenabteilung rein spaziert, wie Motherfucker. Haben uns die engste Jeans rausgenommen. Und haben die gekauft. Ohne anzuprobieren. Das ist so passiert, Chat. Und dafür schäme ich mich auch nicht. Und ich sage euch eins. Mein Gott sah ich gut aus damals. Ich sah so gut aus. Leck mich. Feierst du? Nee, feier ich auch nicht so doll. Also so, das ist schon... Ich hätte euch alle geklärt damals, Chat. Ich sage euch ganz ehrlich. Ich hätte euch alle geklärt. Für mich so perfekt. Ja. Obwohl, ist das Skinny? Nee. Kandidatin Nummer 7, wie sieht es bei dir aus? Also ich finde, das kommt halt vollkommen auf die Location an. Ich bin mehr so der elegantere Stil vom Kleidungsstil her. Deswegen würde ich halt eher, ja, so Hemden oder halt Rollkragenpullover im Winter nice fühlen. Aber ich glaube, wie gesagt, es kommt halt auf die Location an. Also wenn man zu Hause ist, dann natürlich nicht. Sondern halt eher für zu Hause Kleiden wie, keine Ahnung, auch mal eine Jogginghose oder so. Auch mal? Gibt es hier einen, der diesen Stream nicht mit Jogginghose schaut? Wer trägt eine Jeans zur Haut? Das ist kriminell, Digga. Da bist du auch Psychopath. Also wer eine Jeans oder so einen Scheiß zu Hause trägt, dem ist ja nicht mehr zu helfen, Digga. Und an alle, die eine Eins reinschreiben, ihr habt keine Jogginghose an, weil ihr nackt seid, richtig? Drei, wenn ihr nackt seid gerade? Drei, wer den Stream nackt, äh, also nackt, äh... Verdammt nochmal. Drei, wer den Stream nackt schaut gerade? Jawoll, jawoll! Gibt mir ein gutes Gefühl. Vier wer auch gerade ein bisschen rumfummelt. Ist doch okay. Ich hab da auch nichts dagegen, Chat. Mach das. Es ist in Ordnung, Digga. Jogginghosen? Ne, oder? Eine. Ich stell mir dich so vor wie... Er hat... Er hat eine Jogginghose, Digga. Er hat eine Jogginghose. Anni Stinson. Ja, meine Jogginghose ist so elegant, damit kommst du ein Kluck. Ja, genau so. Dein Pyjama ist quasi ein Anzug, theoretisch. Ja, ja. Ich hab Anni Stinson geliebt, ich sag's ehrlich. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber jemanden auswählen. Kann sie auch auf die Schuhe achten, die Stimme. Ich will aber auch nicht so... Also ich bin nicht so der oberflächliche Mensch. Deswegen will ich nicht anhand den Schuhen die Entscheidung treffen. Sondern ich hab einen Punkt, der wirklich auffällig war. Mhm. Das war Kandidatinummer, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also nicht abwertend gemeint, nicht falsch verstehe, aber sie hatte den Geschmack Baggy. Sie meinte Baggy, breite Hosen so. Und das bin ich absolut gar nicht. Mhm, ja. An der Stelle würde ich sagen, gehen wir ja komplett weit auseinander. Ja, fair. Muss ja jemanden rauswählen, geht ja nicht anders. Ja, und du zeigst gerade auch sie also dann doch. Ich hab hier gar nichts gemacht. Ich hab so gezeigt. Ich mach nur Spaß. Ich würd die sechs rausnehmen. Okay. Hm, sechs. Gab's jemanden von euch, der sich verliebt hat in die sechs? Kandidatinummer sechs. Du kannst dann jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Da ist sie. Eure Traumfrau. Du siehst mega hübsch aus. Moin. Hallo. Tu mir leid, das ist. Alter, was sind das für Umarmungen, Bro? Was sind das für Umarmungen, Digga? Das nervt. Es, es nervt. So umarmt man niemanden. Also, Digga, wer so einen Menschen umarmt. So. Hallo. Dann umarmt den gar nicht. Dann hier, gib die Hand. Hand. Hallo. Also. Was war das denn? Das mach ich richtig sauer gerade, Chad. Was ist das? Guten Tag. Du siehst. Hallo. Mega hübsch aus. So, jetzt guck hin. Moin. Jetzt guck. Hallo. Tun mir leid. Hand. Aber bist sehr hübsch auf jeden Fall. Ja. Starke Augen auch. Sehr cool. Starke Augen. Ich liebe deinen Style. Sieht so richtig cool aus. Danke, dass du da bist. Kannst du dich da einfach so versetzen? Tschüss. Schönen Abend noch. Ich fand, sie sieht so gut aus. Das wär mein Type. Bestimmt ein sehr lieber Mensch, also. Obviously nicht dein Type. Anyway. Nächste Runde. Was ist dein erster Eindruck? Ihr habt euch auch Damen ausgesucht, die zu mir passen könnten. Kann das sein? Ja. Bewusst angeschrieben? Nee, die haben uns ja angeschrieben. Wegen dir. Okay, ja gut. Das ist ein Kompliment. Danke. Die Damen hier. Also ich würd sagen vom Kleidungsstil, vom Schmuck, von den Nägeln her. So, Ruhe. Wo fällt das Auge wieder als allererstes hin? Ganz klar. Die 4. Jeder, der was anderes sagt, ist verwirrt. Wo ich noch mitgehen könnte, Chat? Nummer 3. Auch ein cooles Outfit. Nummer 3. Ich würd sagen 4 auf die 1, 3 auf die 2. 1, 2, die wirklich ins Beuteschema passen. Sagen wir es mal so. Wollen wir nicht drüber umreden. Darf ich raten? Ja. Nummer 4. Ja. Passt, ne? Ja, ich find, dass das über die Hände geht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, find ich auch cool. Dieses über die Hände, Chat. Wie steht ihr dazu? 1 für cool, 2 für nicht so cool. Hat sie auch? Find ich irgendwie cool. Find ich cool, ja. Das hat Stil. Das hat auch einen coolen Ding, seh ich da gerade. Allgemein, also die ziehen sich auch alle sehr gut an. Muss man wirklich sagen. Wie stehst du zu Tattoos? Da bin ich jetzt gespannt. Ich hab selber oft überlegt Tattoos zu machen, aber ich würd sie ultra dezent halten. Ja. Also so ganz minimal. Okay, wir haben hier bunte Tattoos. Ich bin ehrlich, Chat, Tattoos sind mir eigentlich immer relativ egal gewesen. Also ich find's jetzt nicht super attraktiv, wenn eine Frau Tattoos hat. Was ich nicht mag, sind farbige Tattoos. Farbige Tattoos war ich nie ein Freund davon. Das find ich irgendwie hässlich. Bin ich ehrlich. Grane shiften, dass es auch elegant ist, dass das nicht zu sehr einnimmt. Hat sie da einen Stier mit einem Auge in der Mitte, mit einem dritten Auge? Krass. Was ist das Blaue? Das kenn ich irgendwoher. Ich muss euch ehrlich sagen, Chat, farbige Tattoos bei Frauen. Es gibt mir immer diese Vibes, dass die auf einem Dorffest auf so einer Bierbank sitzen und einen Jägermeister echsen. Ja. Ist nur meine Meinung. Das ist Totoro von meinem Nachbar Totoro. Das ist ein Studio Ghibli für. Stimmt, kenn ich. Schon viele Tattoos. Ich find's cool. Ich dachte, sie hat noch schwarzen Schmuck um den Hals. Kann das sein? Nein. Das würde passen, schade. Ja, aber ich find's sieht richtig cool aus. Hast du ne Frage? Ich hab mir was Gutes überlegt. Was war für euch so persönlich der größte Erfolg im Leben? Mein größter Erfolg im Leben war, als ich tatsächlich mal zwei Monate nicht gestreamt hab und ihr kleinen Arschlöcher mir nicht auf die Eier gehen konntet. Es muss aber nicht irgendwie was Wirtschaftliches sein. Es kann alles sein, ne? Voll süß. Kandidatin Nummer eins. Was war dein größter Erfolg bis jetzt im Leben? Ich glaube, der größte Erfolg für mich war, dass ich mental jetzt soweit bin, wie ich halt bin. Also Persönlichkeitsentwicklung? Genau. Hey, das ist ja super cool. Ziehst du dir dazu Videos rein? Ja, teilweise. Ist wichtig. Man muss sich erst mal selber kennenlernen. Das ist krass. Ich bin ja auch für Jahre lang mit beschäftigt. Persönlichkeitsentwicklung. Sehr, sehr gut. Ehrlich. Ja, ich auch, Chat. Ich auch. Ne, das sind zwei. Was ist dein persönlich größter Erfolg? Also mein größter Erfolg, ich denke, den teile ich so ein bisschen mit meiner Familie, weil wir zu Hause kleine Pflegekinder aufnehmen. Wir sind so eine Bereitschaftspflegefamilie. Für mich ist... Alter, das ist süß. Ist das dann irgendwie ein Erfolg? Also wir sind immer sehr traurig, wenn wir die Kinder wieder abgeben müssen in Dauerpflege, aber... Würde ich aber aus Prinzip jetzt rauswählen, Chat, bin ich ehrlich. Das ist mir zu nett. Wir sehen, dass die Kinder sich bei uns richtig schön weiterentwickeln, weil wir immer das Beste geben. Damit könnte ich auch nicht umgehen. Und dass es denen halt gut geht. Das ist so süß. Das ist echt süß. Oh Mann. Zwei raus. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Würdest du es supporten? Also mein Bruder und ich, wir haben immer gesagt, wenn wir später so das uns leisten können, dann würden wir Kinder adoptieren. Mhm. So, weil man damit auch so quasi Leben retten kann. Krass. Chat, ernste Frage jetzt. Spaß beiseite. Könnt ihr euch vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Das ist eine ernste Frage. Krass. Viele sagen ja. Finde ich geil. Chat, finde ich super geil. Ist, ist glaube ich, einer der coolsten Dinge, die man so im Leben machen kann. Bin ehrlich, wenn ich jetzt über mich nachdenke, boah, weiß ich nicht. Ich glaube ja, aber nur, wenn ich schon ein leibliches Kind habe. Checkt ihr? Also wenn ich jetzt so ein Kind habe oder zwei Kinder habe und wenn man sich das dann noch finanziell leisten kann und das stemmen kann, dann noch ein drittes zu adoptieren. Also, ja. Aber ich habe mir da, ich habe mir da auch ehrlich gesagt noch nie richtig Gedanken gemacht. Schwierig, schwierig. Aber ich glaube, also wenn, wenn ja, wenn dann so, würde ich, würde ich sagen, ja. Was mitgeben kann und daher finde ich das mega cool, was sie machen. Wie viele Pflegekinder, wenn ich fragen darf? Ähm, also ist immer eins auf einmal nur bei uns. Aber aktuell ist es das vierte und die sind immer so ungefähr ein Jahr bei uns. Aber auch schlimm, dann bindet man sich ja total an die und dann muss man die abgeben. Aber ihr haltet vielleicht Kontakt, oder? Je nachdem, also wenn sie zurück zu den Eltern dann doch kommen, dann ist das ein bisschen schwieriger. Aber wenn sie in eine neue Dauerpflegefamilie kommen, dann... Das ist aber heftig. Also dicken Respekt, wenn man sowas macht. Crazy. Schon, weil dann gratulieren wir auch immer zum Geburtstag oder werden auch manchmal eingeladen. Und das ist immer richtig cool dann. Das ist schon sehr emotional, ne? Okay, Kandidatin Nummer drei. Was ist dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg ist, dass ich meiner Meinung nach in der beruflichen Hinsicht jetzt endlich zu mir gefunden habe. Beziehungsweise zu einem Studium, was zu mir passt, weil ich habe halt nach dem Abitur echt gar... Lass mich raten, sie studiert Psychologie. Ich habe keinen Plan gehabt, was ich machen soll. Ich habe erst ein Jahr lang ein... BWL studiert? Ein soziales Jahr gemacht, habe viel gereist, habe dann eine Ausbildung angefangen und abgeschlossen, habe dann ein anderes Studium angefangen und jetzt bin ich endlich vor drei Semestern in meinem Traumstudium angenommen worden. Also ich studiere jetzt Jura und dann... Okay, Jura? Jura ist... Damit kann man flexen, Chat, oder? Jura? Jura, eins der wenigen Studien, die schon auf eine stabile Flex-Basis haben. Jura ist schon stark. Könnt ihr niemals? Stell euch vor, ich bin Anwalt oder Richter, Chat. Da wäre keiner glücklich damit. Aber, ähm, ja, Jura, heftig, ja, krass. Das ist jetzt endlich etwas, was halt zu mir passt und ich bin jetzt auch von meiner Familie weggezogen und habe quasi, ja, sozusagen wirklich zu mir selber gefunden und zu dem, was ich halt auch mit meinem Leben anfangen möchte. Ich finde das so schön. Das ist cool. Ja, das ist total schön. Das ist wirklich cool, ja. Jura T4, wie sieht es bei dir aus? Ich habe mir, als ich zehn war, das Ziel gesetzt, wenn ich mit dem Abitur fertig bin, ziehe ich in die Großstadt, egal was kommt oder egal was ist und dann habe ich einfach dieses Ziel nach zehn Jahren nicht aus den Augen verloren, sondern habe es dann auch umgesetzt, bin in die Großstadt gezogen und da war ich eigentlich schon sehr stolz auf mich, denn ich kannte niemanden in der Stadt und ich habe alle meine Freunde, alle meine Familie so hinter mir gelassen. Ich besuche die auch immer noch. Die hat viel Spuck im Mund. Ich sehe die auch noch regelmäßig, aber das war schon so ein ganz großer Schritt einfach, dass ich mein Ziel nicht aus den Augen verloren habe. Ja, das war eigentlich völlig... Ja, auch okay, ist okay. Gute Antwort, oder? Also mit 20 dann in der Großstadt, alles hinter sich gelassen, das ist tough, das ist krass. Das ist eine Hürde, die man leisten muss. Kandidate Nummer fünf, wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist es auch so, also in der Stadt, wo ich vorher gelebt habe, da wurde man halt viel gejudgt, das war halt eher eine kleine Stadt und ich habe mich halt nie Sachen getraut zu machen und ich habe immer auf die Meinung anderer gehört und irgendwann dachte ich mir halt so, was bringt es das eigentlich, auf die Meinung anderer zu hören? Ah, die rollt das eher, die kommt bestimmt aus München. Ich bin dann auch vor vier Monaten... Findet ihr das attraktiv, wenn Frauen das machen? Ja oder nein? ...oder so in eine Großstadt gezogen und habe so meinen Seelenfrieden sozusagen gefunden. Cool. Voll schön, wenn Leute so happy sind mit dem... Ja, gefällt euch, ich merke es, ich merke es. ...leben, was sie leben. Ja, ne? Oder? Das ist eigentlich das Schönste. Sie klingt auch happy, voll harmonisch, in der Stimme und so voll gelassen, entspannt. Kandidatin sechs, wie sieht es bei dir aus? Da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe meinen Opa damals an Krebs verloren und meine Oma hatte auch Krebs und meine Mama habe ich fast mit zwölf verloren an Krebs. Und dann hatte ich mir halt die Aufgabe gesetzt, ein bisschen meine Reichweite zu nutzen und ein Charity-Event zu machen. Und habe mit dem Charity-Event 2.222 Euro eingenommen und die an die Deutsche Krebshilfe gespendet. Boah, sehr, sehr nice. Cool, plus in den Chat. Also wirklich Hut ab, Respekt. Boah, ich weine gleich. Trotzdem raus. Dankeschön. Das war so, ich entschuldige mich, das war so gemein, was ich gerade gesagt habe. Das war so gemein. Ich werde ziemlich sicher nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, einfach auch in die Hölle gehen, Digga. Kann man so ein empathieloser B**** sein wie ich? Das ist, ich möchte, dass ihr mich alle cancelt ab heute, Chat. Entfolgt mir, Digga. Guckt andere Streams. Oh. Irgendwie. Oh, das ist ja voll schön. Richtig süß, dass sie das auch genutzt hat. Ja, mega. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswerfen. Also ganz ehrlich, die letzte hat mich voll aus dem Konzept. Ja, mich hat er auch. Ich muss das kurz noch verarbeiten. Ich muss sagen, in dieser Runde hat Nummer drei performt, überzeugt finde ich. Ja, safe. Da habe ich am meisten so wieder gesehen, unabhängig vom Kleidungsstil, was komplett konträr ist zu mir. Aber ich würde aber sagen, dass Nummer eins ... Ja, richtig. Jägermeister raus. Finde ich falsch verstehen. Das ist auch nicht abwertend gemeint. Also mit den Tattoos, das wäre mir wirklich schon zu viel, glaube ich. Mhm. Aber ich finde das gut, dass sie das macht. Es passt sicherlich zu ihr. Werden wir auch gleich sehen. Ja. Also Geschmäcker auch verschieden ist was zu viel. Ja, verstehe ich. Kandidatin Nummer eins, du kannst jetzt hervorkommen. Oha. Hallo. Genau so habe ich mir sie vorgestellt, Schatz. Na? Genau so habe ich mir sie vorgestellt. Alles gut. Und jetzt sagt mir nicht, dass die nicht Negermeister auf Ex kippen kann. Ja. Freut mich. Geile Brosche, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. Passt auch zu dir. Was hast du in deinen Augen? Kontaktlinsen. Die sind rosa. Ja. Krass. Wow, wie krass. Musst du gleich mal in die Kamera zeigen, das sieht echt cool aus. Zeig mal in die Kamera. Das sieht mir ja cool aus. Alter. Ich liebe dein Outfit, das sieht richtig krass aus. Dankeschön. Ist mega ehrlich, muss man wirklich sagen. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Wirklich? Danke. Ja, ich mag das gerne. Danke, dass du da warst. Du kannst dich da hinten auf das Sofa setzen. Tschüssi. Danke vielmals. Hey, sie sagt voll cool aus. Alter, Breitenberg ist so höflich einfach. Das ist auch das krasse Make-up, oder? Stehst du eher auf natürlich oder eher auf so krasses Make-up? Also früher dachte ich echt so, dass Make-up so, dass das gut ist und dass das gut ankommt. Aber mit der Zeit realisierst du, dass jemand ohne Make-up, also einfach naturschön sein muss. Und das Wichtigste ist einfach das Lächeln. Das klingt so dumm, so plump, aber wirklich, wenn jemand lächelt und strahlt, das fängt mit den Augen an, nicht mit dem Mund, dann ist das ein ganz anderes Level. Ich finde aber, das hat sowas mit der Ausstrahlung zu tun. Das blanke Aussehen ist überhaupt nicht wichtig. Aber so die Ausstrahlung, die Attitude jemandem bringt, die macht viel mehr aus als das eigentliche Aussehen. Ja. Das ist ein ganz anderes Thema als Make-up. Anyway, ich bin abgeschwiffen. Sorry. Nächste Runde. Für die nächste Runde hast du was missgebracht? Stimmt. Ich habe sie mir damit, dass auch nicht so doof ist, weil sie nein sagen muss, dass Süßigkeiten maschen da ein bisschen trösten kann. Ja. Und ich dachte mir, wenn ich anhand dessen, was die Damen auswählen an Süßigkeiten, dass ich auch nochmal so einen Eindruck kriege und vielleicht sehe ich ja, was die Dame mag, was ich auch mag, dass es dann eher matcht. Vom Geschmack her einfach. Vom Geschmacksinn. Beste Placement. Glaubst du, es gibt so verschiedene Personality-Types, die verschiedene Süßigkeiten auswählen? Ja. Also ich glaube, wenn... Ne, ich darf ja nicht spoilern. Es gibt etwas, was ich zum Beispiel gar nicht esse. Aha. Aha. Okay. Also zeig mir, was du isst und ich sag mir, wer du bist. Das hat sich gereimt. Das ist gut. Oh mein Gott, das wäre voll das Funny Format für deine Brand. Anyway. So, das ist die Winterbox. Und da gibt es da so viele verschiedene Nassen. Hier sowas wie Reese zum Beispiel, auch mit Weihnachtsmann oben drauf. Sehr, sehr cool. Willst du das haben? Ich glaube, das passt gut zu dir. Ich liebe das, ja. Die werden schmecken. Überhaupt nicht, du weißt es echt. Passt du dir? Ja, ich liebe es. Ja, wusste ich es. Dachte ich mir schon. Mit Erdnuss, richtig geil. Ja, richtig geil. Also ich denke, wir sind uns einig, Chat, wenn eine Frau da Lakritze rausnimmt, ist sie raus. Dann halten wir das mal den Damen einfach hin und dann schauen wir, was sie raussehen. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung, sondern das ist einfach ein Produkt von ihm. Und er hat gedacht, das ist eigentlich eine coole Sache. Okay, fangen wir hier links an. Darf ich kurz was dazu fragen? Ja, klar. Also es ist ein bisschen unangenehm, dass ich es jetzt so sagen muss, aber ich ernähre mich tatsächlich vegan. Raus! Okay. Hast du eine Ahnung, ob irgendwas davon vegan ist? Wenn nicht. Ich würde sagen, nee, weißt was, du kriegst nichts. Du bist raus. Abbruch. Ist auch nicht schlimm, dann suche ich mir einfach was nach Aussehen aus. Es gibt vegane Sachen. Ich war selber acht Monate vegan. Ach cool. Breitenberg auch raus. Ob hier was dabei ist? Ist nicht schlimm, sonst suche ich mir einfach vom Packaging was aus. Also ich glaube, Chest, Chips, warte. 100% natural. Also ich finde das cool, dass du vegan bist. Macht dir da keinen Kopf? Dankeschön. Die nächste Kandidatin? Bei Süßigkeiten bin ich persönlich eher so ein Schoko-Typ. Deswegen würde ich mal schauen, was da so Schokoladiges dabei ist. Schoko ist auch beste Süßigkeit. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, Chat. Chips, Zuckerstangen und sowas, das kommt nicht an Nutella ran. Eins, wenn Nutella das beste Süßigkeitenprodukt ist, was man sich hinter den Latz knacken kann. Es gibt nichts besseres, Chat. Es schmeckt auch nichts besseres. Nutella ist das beste. Mit Abstand. Fact. Period. Slay. Ja, ich würde dann die hier nehmen mit den Erdnüssen mit drin und Karamell. Habe ich das mit den Erdnüssen geteasert? Nö. Als ich mit dir gesprochen habe? Nö. Mir schmeckt eigentlich alles. Deswegen ist das eigentlich sehr schwer, weil ich mich nie entscheiden kann. Ich würde Takis nehmen. Takis? Ja. Okay. Also ich esse eigentlich auch alles. So Kekse kann man auch nehmen. Saw Patches, Weingummi, das Schokolade und das sind Chips. Also Saw Patches mag ich nicht so doll, aber Weingummis und sowas. Also du isst gerne Weingummis? Ja, sowas in der Art. Äh, ich bin nicht so der Fan von Schokolade tatsächlich. Ich glaube ich würde Saw Patch nehmen, weil das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Amerika. Und ich glaube ich würde mich deswegen dafür entscheiden. Cool. Aber du isst gerne Weingummis? Ich würde sagen eher Gummibärchen anstatt Schokolade. Okay. Haltet alle mal eure Süßigkeiten so nach vorne. Gummibärchen auch schon immer scheiße gewesen. Voll cool, dass du dann daraus auswählen kannst. Nummer eins, was ist das? Ist das Chips mit... Zimtgeschmack. Nee, das ist Hotwein, stimmt. Das ist Glühweingeschmack. Finde ich eine gute Entscheidung. Kandidatin Nummer eins ist abenteuerlustig. Sie ist auf der Suche nach was Neuem. Genau. Thrillseeker. Okay, dann haben wir Chupa Chups Schokolade mit Erdnüsse. Ich glaube, sie ist klug. Sie ist raffiniert und gerissen. Sie hat rausgehört, dass ich Erdnüsse mag. Das siehst du auch jetzt gerade aus den Chupa Chups, nicht aus dem Jurastudium, ne? Dass sie klug ist. Ich verrate dir, als ich die Box bekam, das erste, was sie rausgenommen war auch Chupa Chups Schokolade. Echt? Ja, direkt als erst. Ich dachte mir, Chupa Chups, was machen die Schokolade. Kandidatin Nummer drei, was sagst du zu ihr? Also es gibt so eine Sache, die ich gar nicht essen würde, das ist scharf. Ich habe in meinem Leben vielleicht fünfmal scharf gegessen. Echt? Dreimal hat mich Abo gequält mit einem Hotchip, da bin ich fast verreckt. Das ist krass gewesen. Takis zum Beispiel habe ich noch nie gegessen. Ich fühle das null. Kandidatin vier. Jetzt kommt es. Ich esse eigentlich am liebsten Weingummi. Also Süßgummi, so Haribo-mäßig. Oder Red Band zum Beispiel esse ich sehr, sehr gerne. Ja. Von daher, Sofhatch wäre auch meine Wahl gewesen, wenn man sicher gehen will, dass es gut schmeckt. Dann fand ich die Entscheidung gut, aber sie wollte die eigentlich gar nicht. Hm, was wollte sie denn? Also sie war sich nicht ganz so sicher und sie hat das jetzt einfach nur so genommen, weil das so, das war so eine halbherzige Entscheidung. Wohingegen die nächste Kandidatin zum Beispiel das auch eher bewusst, schnell und direkt gemacht hat. Ach Basi, und darauf musste jetzt eine rauswählen. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ich glaube, das ist schon eindeutig. Das hat auch Gott sei Dank dann nichts wirklich mit der Person zu tun. Takis. Echt? Geht raus in dieser Runde. Was? Kandidatin Nummer drei, du kannst jetzt... Ist der dumm? Ist der dumm? Der nimmt jetzt den Favoriten raus, weil sie Takis genommen hat. Ein großes F in den Chat. Das war die falsche Entscheidung, mein Lieber. Jetzt hast du vorkommen. Oha. Hallo. Hallo. Du siehst so krass aus. Hallo, freut mich. Ich auch. Also sehr hübsch muss sie wirklich sein vom Klamottenstil. Dankeschön. Weil der eigentlich auch umarmdacht, hat sie nicht den Korb. Naja, kannst du mir jetzt... Davina Geissen. Okay, dann kriegst du da, aber du kannst dich einfach darauf so versetzen. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Okay. Ja, ich find's gut, dass man auch einfach ihr Gesicht gar nicht gesehen hat, Digga. Nächste Runde. Ja, doch eine richtige Entscheidung gewesen, Chef. Das Outfit findest du jetzt am coolsten? So. Wartet. Die Dame, die vorhin rausgegangen ist, war vom Outfit her am besten. Aber ich find jetzt Nummer 1, wenn sie hohe Schuhe angehabt hat, obwohl das... Er findet Nummer 1 am besten? Eine Gymshark-Hose. Ich würd' sagen, das wär mega stimmig. Ja. Nummer 2 hat, äh, Arme... Bestes Outfit, Chat? Zwei. Ja. Zwei neue Favoriten. Nur als Tattoo kann das sein? Ja, ich hab da drei Eng... Nö. Nummer 2 aber ein Bauchtattoo. Wie stehen wir dazu? Was machen wir damit jetzt, Chat? Sie hat drei Engel aufm Bauch. Ja. Ja. Ist okay. Am Bauch tätowiert. Findest du das ästhetisch oder ist das echt die Bedeutung dahinter? Äh, nein, ich find das ästhetisch. Ich hab auch insgesamt 17 Tattoos. Große oder eher kleine? Kleine. Gut gefragt, äh. Okay, Kandidatin 3. Worüber haben wir grad geredet? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben nur über die Outfits geredet, ne? Ich hab keine Frage. Dann hast du jetzt ne Frage bestimmt. Meine Frage allgemein. Tragt ihr Extensions? Äh, nein, ich trage keine Extensions. Nein, ich trage auch keine Extensions. Ich auch nicht. Ebenfalls nicht. Wen juckt's auch, ob Frauen Extensions tragen? Juckt euch das, Chat? Cool. Also nicht, dass ich das verurteile. Du hast welche, die sehen auch cool aus. Nein, das ist meine Naturfarbe. Sorry. Ja, aber ich find das ist so ein Zeichen dafür, ob man sich selber geben will, wie man auch quasi auf die Welt gekommen ist oder ob man mehr optimieren will, ob man so ein Perfektionist ist. Aha. Verstehst du? Ja. Also im positiven Sinne. Aha. Ich find das cool bei dir. Ja, da hast du dich gut rausgeredet. Habt ihr Tinder? Benutzt ihr Tinder? Wie steht ihr dazu? Wie ist das so für euch? Also ich hab kein Tinder. Ich hab Bumble tatsächlich. Bumble? Weil ich das dann da lieber mag, dass man als Frau dann selber entscheidet, ob man der Person dann schreiben möchte oder nicht. Ja. Ja und das ist dann, wo ist dann die Gleichberechtigung, Chat? Stell dir mal vor, es gibt eine App, wo Männer entscheiden dürften, wer zuerst schreibt. Was ist denn das hier schon wieder? Keine Ahnung. Also ich hatte mir... Raus! ...letztes Jahr im Sommer Tinder runtergeladen, aber das war eher, weil ich halt im Urlaub war alleine und dann war ich halt in Kreta und weil ich dort niemanden kannte, hab ich mir dann ein Tinder runtergeladen, um ja... Freundschaften zu knüpfen, sagt sie jetzt gleich. Ein Paar Einheimische kennenzulernen und... Mhhh... Ja, bisschen... Finde ich auch cool. Dort... Ja, zwei auch raus. ...reinzukommen. Ne, das sind drei. Also ich hab zurzeit keine Dating-App, aber ich hatte auch mal Bumble und Tinder, aber bei mir war das jetzt nicht so, dass ich dachte, dass ich dort... Also, kennt ihr das, wenn ihr einfach Tinder swipet aus Langeweile? Weil das ist schon spannend, Leute zu sehen. Ich hab mal einen Artikel gelesen... Chat, ihr habt ein Match auf Tinder. Seht mich. Was macht ihr? Die App, die installieren. Dass Tinder eigentlich eine Gaming-App ist. Warum? Weil man... Ja, das macht dich halt addicted zum Swipen. Also, ich hab keine Dating-Apps. Ich hatte mal Tinder vor einem Jahr circa, aber ich bin nicht so der wirkliche Fan davon, vom Optischen her zu entscheiden, ob man halt sympathisch ist oder nicht. Dann hab ich lieber eine Konversation. Wow, dass es doch in die Richtung ging, die du dich grad entwickeln willst. Ja, also ich weiß nicht, ob es das Alter ist. Ich bin mittlerweile offiziell schon 27. Klar. Vor ein paar Jahren mit 19 sah das anders aus. Basieren auf diesen Antworten musst du... Äh, Breitenberg ist älter, ne? Der ist über 30. Weiß jemand, wie alt Breitenberg ist? Wo jetzt jemanden rauswählen. Ich hab jetzt eigentlich nur gute Antworten gehört, deswegen muss ich jetzt anhand anderer Sachen wieder, glaub ich, mehr entscheiden. Würde ich sagen, ich wähl die Nummer 1 aus. Okay, Kandidat Nummer 1, du kannst... Nummer 1? Nummer 1 ist die, die am besten vom Outfit zu ihm passt noch. Will der uns trollen? Will der uns trollen, Chat? What the fuck, Breitenberg? Du kannst dann jetzt leider hervorkommen. Hallo, ah, du siehst so cool. Cool aus. Dankeschön, gleichfalls. Hallo. Die hat auch irgendwie zu ihm gepasst. Oh, hi. Oder nicht? Freut mich. Lächeln, super. Oder? Die passt zu ihm, finde ich. Du hast echt ein richtig schönes Grinsen. Oder? Ja, Leute, danke. Und das ist auch genau das mit den Augen. Merkst du, was ich meine? Dass das so positive Energie gibt? Ja, selber schuld, jetzt ist es zu spät. Weil sie so ein bisschen strahlt. Danke, dass du da warst, kann ich da hinten hinsetzen. Tschüss. Hast du eine Frage? Spielt ihr ein Musikinstrument oder wollt ihr eins lernen? Also, ich interessiere mich sehr für so klassische Musik eher. Zum Beispiel, wenn ich am Lernen bin, ich höre immer diese ganzen typischen Komponenten. Jedenfalls würde ich sehr gerne irgendwann mal Klavier spielen lernen. Ich müsste jetzt fragen, wen sie hört. Ich hab das auch früher mal probiert. Was sind deine Top-3-Klassik-Flötendinger? Aber ich bin da nicht so begabt mit meiner Handkoordination oder wie man das nennt. Ich glaub an dich. Bei Klavier hast du auf jeden Fall so Herzen in den Augen gehabt. Hat man das gesehen? Ey, aber Chat, ich sag euch ehrlich, klassische Musik hat Power. Wer von euch sitzt manchmal im Auto und ballert sich auf trocken Beethoven? Die Zauberflöte? Klassische Musik hat Power. Und ich sag euch auch ehrlich, in einem gewissen Alter, da seh ich mich auch in Europa. Alle, die zwei schreiben, ihr seid noch kleine Kinder. Ihr seid auch klein. Ihr seid noch grün unter den Ohren. Klavier, ja. Also, ich hab tatsächlich mal Klavier gespielt. Fiat. Du hast zu viel verraten. Ich hab gefühlt super viele Musikinstrumente ausprobiert. Hat angefangen gefühlt im Kindergarten mit Psylophon und Blockflöte. Wisst ihr, was ich für ein Instrument im Musikunterricht hatte, Chat? Und das ist keine Lüge, Digga. Das ist keine Lüge. Die haben mir ne Triangel in die Hand gedrückt. Die haben mir ne Triangel in die Hand gedrückt, Digga. Also, und da hab ich mich schon verarscht, da kam ich mir schon verarscht vor. Ehrlich. Ich glaube, ich hab auch jedes Grundschulkind gespielt. Ja. Und dann bin ich aber auch bei Klavier hängen geblieben. Hab das allerdings aufgegeben. Aber ich hör trotzdem gerne mal sowas. Ich weiß nicht, ob du Ludovico Einnaudi kennst oder Hans Zimmer. Der war ja auch letztens. Also Hans Zimmer ist ja ein Orchester, aber Einnaudi, ja? Ja, genau. Ludovici Einnaudi? Da wollte ich zum Beispiel gerne hin, aber hab es leider verpasst. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Klavierhammer? Ja, aber witzig, oder? Dass die hier alle so in deine Richtung gehen. Also ich find, dass sie Einnaudi genannt hat. Krass, hätte sie jetzt, also Einnaudi-Phase Say. Das sind so meine zwei Favoriten. Aber auch sehr bekannt, also Mainstream ist ja schon, ja doch. Also ich würd sagen, die Leute, die sich damit nicht auskennen, kennst nicht. Ja, das stimmt. Okay. Deswegen, also die muss ich schon ein bisschen auskennen. Okay, basierend darauf musst du jetzt einen rauswählen. Okay, also ich sag Nummer drei. Krasseste Antwort. Direkt, also voll getroffen. Ich hab meine Entscheidung. Okay. Also Nummer eins will es lernen. Ich glaub ihr das. Das ist cool, weil ich will es auch. Ist gerade in der selben Situation. Nummer drei hat, ist schon sehr tief drinne. Und Nummer zwei hat er nachgelassen. Sie hat ja aufgehört damit. Der nimmt jetzt nicht die zwei raus. Oha! Der Zwilgen würd ich sagen. Nummer zwei ist raus. Achso, ich dachte, Nummer eins wäre Nummer zwei. Ist das so ein Vibe-Gefühl? Ja. Okay. Danke Kandidatin Nummer zwei. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Oha. Hi. Schön. Schön gemacht. Also dich kann ich mir wirklich ein Klavier vorstellen. Auch sehr hübsch, muss ich sagen. Dankeschön. Ja. Aber ich konnte ja das Gesicht nicht dazu sehen. Cool, dass du da warst. Kannst du da hinsetzen. Tschüss. Hätte nicht gematcht. Tschüss. Sie war ja ne Süße. Okay. Wen nimmt der Chat? Was sagt ihr? Die Letzte oder die Erste? Finale. Wow. Ich bin grad echt ver... Ich sag, er nimmt die Letzte. Die Rechts nimmt er. Wundert, dass Nummer eins es ins Finale geschafft hat. Mit den Moonboots. Ah! Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das schaffe. Das Nummer eins? Ja. Weil sie hatte overall bisher mit die krassesten Antworten. Ich hab ne Frage. Hau raus. Ich hab grad meinen Magen knurren. Ich hab Hunger. Und dann dachte ich, was kann ich heute Abend essen? Und jetzt meine Frage. Was würdet ihr heute Abend mir essen wollen, wenn ihr das hier gewinnt? Oh. Falsche Frage. Er hätte fragen müssen, was würdet ihr mir kochen? Und da würde ich einen Sigma im Chat sehen. Okay, Kandidatin eins. Also mein Alltime Favorite ist Pasta an jeglicher Variation. Deswegen würde ich sagen, entweder halt in die italienische Richtung. Oder ich weiß ja nicht, ob du's lieber bisschen schicker magst. Dann vielleicht Richtung Sushi oder Steak oder sowas. Ich stell gleich ne Frage dazu. Oha. Okay, Kandidatin zwei. Also tatsächlich ist mein Lieblingsessen auch italienisch. Also wenn, dann hätte ich auch gesagt eher in die italienische Richtung. Ich bin aber allerdings auch ein Fan von Steakhouse. Okay, Kandidatin Nummer eins. Ich hab jetzt ne Frage. Sushi ist sehr elegant. Das find ich schon cool. Also würdest du eher Sushi oder ein Steakhouse gehen wollen heute Abend? Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, dann eher Sushi. Ich sag's ehrlich, das war eigentlich eher so ne Falle, die Frage, weil ich esse nichts aus dem Meer und ich mag diesen Geruch auch gar nicht. Okay. Sushi kannst du aber auch mit Gurken machen. Ja. Es gibt auch vegetarisches Sushi oder mit Hähnchen, zum Beispiel diese panierten Sorten. Achso. Und diese Alge riecht auch nach Meer, wie Fisch. Deswegen für einmal in meinem Leben nehm Sushi das auch. Also ich... Ja, Sushi mag ich aber auch eigentlich nicht so gerne. Ich esse es manchmal, Chat, aber dann auch immer nur mit Gurke und Frischkäse. Ich geh immer in Steakhäuser. Echt? Immer. Okay. Naja. Dann ist Kandidatin 1 raus. Richtig? Ja, so leid es mir tut... Er nimmt die raus, Chat. Hat nichts mit deiner Optik zu tun. Wichtig. Eins, wer gesagt hätte, das ist meine Frau fürs Leben. Wie gesagt haben, du bist ein mega cooler, taffer Mensch. Zieh dein Jurastudium durch. Also Hut ab. Dann Kandidatin... Einige, Chat. Und jetzt kommt sie, eure Frau. Kandidatin Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, ja. Hallo. 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 Hi. Hi. Du rückst auch gut. Dankeschön. Echt ein hübsches Gesicht. Danke. Was hast du für ein Parfüm drauf? Baccarat Rouge. Ja, kennt man. Danke, dass du da warst. Baccarat Rouge kostet einfach 18.000 Euro ab 5 Milliliter. Danke auch. Tschüss. Ciao, ciao. Er hat Blumen mitgebracht. Richtig süß. Ah! Oder? Süß. Okay. Süß. Oder? Ja, voll. Passend zu deinen Haaren. Auch noch. Ganz wichtig. Ja, du bist voll der Gentleman. Danke. Nee. Wie soll man in deinem Blut... Warte mal. So. Ja. Du kannst jetzt einfach... Denkt, es war die richtige Entscheidung? Einfach unter dem Vorhang hervorkommen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich sag, ja, es war die richtige. Es ist die richtige für ihn. Ich glaub, die heiraten. Hallo. Hallo. Hi. Wie geht's? Gut. Und dir? Komische Umarmung erstmal, aber okay. Wir machen weiter. Hi. Oh, du siehst toll aus. Dankeschön. Ich hab dir noch Blumen mitgebracht. Oh mein Gott, Dankeschön. Nächster für dich. Sympathisch, oder? Eins fände sympathisch. Sehr sympathisch. Oha. 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 Echt voll... Ich find, die passen auch. Krassen Augen. Ja, ne? Krass. Ja, dann. Ihr zwei. Lauft in euer... Ja? Oder? Doch. Finde... Doch. Ich find schon. Voll schön. Aber wie läuft er... Wie ist er denn hier grad gelaufen, Chat? Was ist... Was ist... Ist ja jetzt hier Angela Merkel, oder was? Wie läuft er denn? Was macht er denn jetzt, Chat? Wer läuft denn so? Was ist denn das wieder? Jetzt sind wir uns hier noch ein Referat über... äh... äh... Vulkane... äh... Geografie-Vortrag halten, oder was? Voll schön. Schön. Halt die passen. Ich find, das ist voll gut. Ach, wie süß. Haben wir wieder geschafft. Ja, wir haben's geschafft. Meine Damen, meine Herren. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Mein Name ist Moji. Das war eine weitere Folge von Blind Dating. Ich muss sagen, Breitenberg, eine gute Entscheidung getroffen. Ich wünsche den beiden alles Gute. Ich hoffe, die werden heiraten. Ich hoffe, die haben sich noch geküsst am selben Abend. Ähm... Das war's mit dem Reaktionsvideo. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne einen netten, süßen Kommentar da. Schreib, dass ich hübsch bin oder so. Äh... Abonnier den Kanal. Und dann sehen wir uns auch schon bei der nächsten Reaktion wieder. Mein Name ist Moji und ich bin... raus.